Bhagavad Gita, Vers 4.31 O Bester der Kuro-Dynastie, ohne Opfer kann man auf diesem Planeten bzw. in diesem Leben niemals glücklich werden, vom Nächsten ganz zu schweigen. Erklärung Ganz gleich, in welcher Form des materiellen Daseins man sich auch befindet, man weiß in jedem Fall nichts über seine wirkliche Position. Mit anderen Worten, das Dasein in der materiellen Welt hat seine Ursache in den vielfachen Reaktionen auf unser sündhaftes Leben. Unwissenheit ist die Ursache sündigen Lebens und sündiges Leben ist die Ursache dafür, dass man sich weiterhin im materiellen Dasein dahinschleppt. Die menschliche Form des Lebens ist der einzige Ausweg aus dieser Verstrickung. Die Veden geben uns deshalb eine Möglichkeit zur Flucht, indem sie uns auf die Pfade der Religion, des wirtschaftlichen Wohlstandes und der regulierten Sinnesbefriedigung aufmerksam machen und letztlich weisen sie uns auf das Mittel hin, mit dem man aus diesem erbärmlichen Zustand entkommen kann. Der Pfad der Religion, das heißt die verschiedenen Opfer, die oben empfohlen wurden, lösen automatisch unsere wirtschaftlichen Probleme. Durch Yagya, Opfer, erhalten wir ausreichend Nahrung, genügend Milch und so weiter. Selbst dann, wenn es eine sogenannte Bevölkerungsexplosion gibt. Wenn der Körper mit allem versorgt ist, ist es ganz natürlich, dass man als nächstes seine Sinne befriedigt. Deshalb schreiben die Veden eine geheiligte Heirat vor, um die Sinnesbefriedigung zu regulieren. Auf diese Weise wird man allmählich auf die Ebene gehoben, auf der man von der materiellen fesselfrei ist und die höchste Vollkommenheit des befreiten Lebens besteht darin, mit dem höchsten Herrn zusammen zu sein. Diese Vollkommenheit wird, wie schon oben erklärt wurde, durch die Darbringung von Yagya, Opfern, erreicht. Wenn ein Mensch jedoch nicht gewählt ist, Yagyas in Übereinstimmung mit den Unterweisungen der Veden auszuführen, wie kann er dann ein glückliches Leben erwarten? Auf den verschiedenen himmlischen Planeten gibt es verschiedene Grade materielle Annehmlichkeiten und auf jeden Fall erwarten diejenigen, die verschiedene Arten von Yagyas darbringen, unermessenes Glück. Aber das höchste Glück, das ein Mensch erreichen kann, besteht darin, durch die Technik des Krishna-Bewusstseins zu den spirituellen Planeten zu gelangen. Ein Leben im Krishna-Bewusstsein ist daher die Lösung aller Probleme des materiellen Daseins.